Hallo Leute, ihr seht schon, ich habe ein neues Pferd und zwar ist das der Kanto, mein neuer Quartdauer-Sengst und hier neben mir, das ist die Lena. Hallo, sag mal hallo. Hallo, ich habe auch ein neues Pferd und zwar die Cakepop. Sie ist meine beste Freundin und wir werden heute gemeinsam ausreiten und euch mitnehmen. So, wir haben jetzt eine Geländestrecke gefunden und ja, die retten wir jetzt. Mhm, dann würde ich mal sagen, verlieren wir keine Zeit. Es ist echt schön hier. Ja. Ja.